Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Battle gegen den Beats. Hallöchen! Und heute müssen wir mal wieder den Unterschied erkennen. Beats, das haben wir schon mal vor ganz langer Zeit gemacht. Nämlich ist hier jetzt ein zweiter Teil davon rausgekommen. Man kann zum einen der Spotter werden, also der den anderen sucht. Und zum anderen kann man sich dann verstecken. Wie das halt aufgebaut ist. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Beats, mit was willst du anfangen? Ich lass dich mal entscheiden. Okay, äh... Spotter oder... Die Difference. Ich will jetzt erstmal die Difference sein. Oh, okay. Dann, ich glaub mal. Ja, okay, gut. Ich muss jetzt Spotter auswählen. Dann können wir gleich mal auf Start gehen. Und Start ist da vorne. Ja. Spectate. Start the game. Und jetzt bist du teleportiert. Ist aber ganz cool gemacht. Das heißt, du darfst jetzt ein Level aussuchen. Und ich muss dann auf dem Level, äh... Okay. Oder bei dem Level mir ein Block aussuchen. Weißt du, was ich glaube? Also das ist wie Hide and Seek zum Beispiel. Auch schon früher auf dem Hive-Server und so weiter. Also Hide and Seek ganz normal ist. Auch aus den anderen Games kennt man schon. Woodland Map. Ja gut. Woodland habe ich am Anfang als Biom ausgewählt. Da konnte man nochmal zwischen drei Biom wechseln. Deswegen will ich mal Woodland Map... Ja, ich will einfach mal die erste. Auch schon mal zu Anfang während sich Beats versteckt. Ihr könnt gerne mal dem Video eine positive Bewertung da lassen. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie viele Sekunden hast du noch? Es dürfte nicht mehr lang sein. Ich weiß es nicht, aber ich habe es jetzt... Okay. Beats hat sich jetzt als einen Block versteckt. Und ich weiß halt nicht, welchen Block er ausgewählt hat. Ja, du musst jetzt erstmal anschauen. Und jetzt... Klar, natürlich. Ich muss mir jetzt erstmal anschauen, was hier alles aufgebaut ist. Und dann im Endeffekt, was sich verändert hat. Genau. Das ist halt ultra schwierig. Oh mein Gott, hier gibt es viele Blöcke. Aber die Map ist ziemlich klein. Die Map ist klein, aber nicht so klein wie der erste Teil. Okay, oh nein. Und jetzt werde ich in den Raum teleportiert, wo halt ein Block anders ist. Moin. Oh, und ich kann jetzt zugucken. Ja, ich sehe dich sogar. Ach, du siehst mich. Krass. Alter. Hä? Wieso siehst du mich? Was ist hier anders? Ich weiß nicht, warum. Ich habe Dropped to Activate in meinem Inventar. Keine Ahnung, was es ist. Okay, willst du es mal aktivieren? Firework has been dropped. The Spotter will now receive his perks. The Difference is a chest. Ach, ich habe dir einen Tipp gegeben. Oh mein Gott. Ach, so kann man Tipps geben. Okay, dann gebe ich dir auch jetzt dann Tipps in der nächsten Runde. Oh Gott. Aber da wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, welche chest. Ich schätze jetzt mal, dass es keine... Das ist... Ja, weil sich die Doppelkisten nicht verbinden lassen. Die Frage ist, welche. Ich glaube, was würdest du jetzt nehmen? Hm. Das, was vorher nicht da war. Ja, klar. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Ja, gut, aber ich will jetzt einfach mal... Die 50 Staus. Ja, komm, ich will diese hier. Ich baue die mal ab. Mal schauen, ob ich die erste Runde habe. Und... Nein. Das war die daneben. Die andere. Schade. Aber jetzt, Leute, bin ich mal dran. Wir machen das umgekehrt. So. Und wir können ja auch mal... Du kannst auch drauf gehen. Ein anderes Biom aus Wählen. Woodland, Medieval oder Biomes. Ich würde sagen, Biomes machen wir mal. Und dann können wir auf Start gehen. Und jetzt kannst du noch eine Map für mich auswählen. Okay. Choose the Map. Ja. Da gibt es einfach die vier Varianten dann, oder? Von den Maps, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich nehme mal die. Oh, je. So, was haben wir hier alles für Items? Die Map ist auch... Also, die Maps gefallen mir. Ich glaube, das wird auch echt schwierig für dich. Wenn ich dir keinen Tipp gebe, oder? Ich weiß nicht. Soll ich es mal so machen, wirklich? Ja, Phil, du musst dir was Besseres einfallen lassen. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja, ja, okay. Gut, ich glaube mal, dann weiß ich, was ich nehme. Das ist zwar relativ auffällig, aber... Nee, komm, so. Leute, okay, ich habe es. Alles klar, jetzt bin ich... Jetzt kann sich der Bessie die Map anschauen. Das ist echt eigentlich schon schwierig. Das ist sehr schwierig. Also, klar, wenn man es weiß... Vor allem, man weiß ja auch nicht, welche Blöcke man alles verwenden kann. Man kann sich ungefähr denken. Mit drei, vier und zwei. Hier ist eine Lücke. Aha, da hat sich der Bessie Blätter angeschaut. Ich muss mir hier was... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Doch, sieben, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Pumpkins. Und jetzt... Oh, Mann. Glaube ich mal, kann der Bess gleich... Okay, der Bess wird teleportiert. Jetzt bin ich hier auch am Start. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, Pumpkin ist es nicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier und zwei. Da ist es auch nicht. Okay, den Rest habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe keine Ahnung. So, dann gebe ich dir mal einen Tipp, weil das ist wirklich echt... Also, ein bisschen zu schwer. Mal schauen. Ein Schneeblock, oh mein Gott. Ja, da waren sogar gerade Partikel irgendwie, aber ich weiß nicht. Ja, da war das hier irgendwo. Ich weiß nicht, aber eigentlich... Gut, wenn direkt der Block... Weiß nicht, weil man die direkt so finden kann, da war es zum Glück nicht. Aber ohne Witz, Leute. Es ist echt richtig schwierig, wie man sich das merken soll. Ja, Laub zum Beispiel, das du dir angeschaut hast, gab es noch nicht mal zum Auswählen. Okay. Okay, aber wir können wieder tauschen. Ja. So, ich gehe aufs Grotter. So, willst du mal nochmal eine andere Welt mit Devil am besten? Dann auf Start the Game. Und jetzt kann ich für den Beats noch eine schöne Map aussuchen. Also, es gibt da so viel Auswahl. Oh Gott, so einfach für dich. Und was? Du weißt noch nicht... Ja, du weißt noch nicht mal die Map. Ich weiß auch nicht, wie sie aussieht. Ich mache mal die Dreier hier. Aber das ist Bion. Ja. Aber mal schauen, was jetzt kommt. Ist die Map leicht? Ich weiß noch nicht. Boah, nee, die ist noch schwieriger. Oh nein, Leute. Ich glaube, das wird echt... Ich weiß nicht. Wird jemals von uns einer finden? Alter, das ist voll schwer. Also, ich... Ja, kann sein, dass du es schaffst. Aber es ist wirklich nicht einfach, ja. Okay. Ja, ich bin jetzt fertig. Ich habe übrigens, was ich gerade erst gesehen habe, da gab es einen Perk. Irgendwie habe ich eine Spitzhecke ausgewählt, wo ich fünfmal... so drauf, also fünf Versuche habe. Da gab es einen Perk zwischen Detektor, TNT Nuke und fünf Spitzhacken. Da habe ich die fünf Spitzhacken genommen. Eins, zwei, zwei, eins. Redstone zwei. Es sind halt nur zehn Sekunden. Und es gibt noch eine zweite Etage. Das weißt du gar nicht. Alter. Oh mein Gott. Okay. Das schaue ich mir ganz kurz mal an. Ich muss es einmal gesehen haben. Ja, wow. Wow, okay. Krass. Das ist jetzt in der Raum hier. Mal schauen. War da Pisten schon am Anfang da? Ich weiß es nicht. Oh je, Leute. Bevor du auswählst, gebe ich dir sogar noch einen Tipp. Ja? Ja, also sag, bevor du abbaust, dann gebe ich dir sogar noch einen Tipp. Okay. Ach, ich glaube... Moment. Kann ich jetzt schon abbauen? Nee, ich kann noch nicht mal abbauen, ne? Ach so, nein. Stimmt, also sobald man was denkt, glaube ich mal, dann hättest du auch vorhin dann das aktivieren müssen. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also du kannst mir mal die Spitzhacken geben, Beats. Ja, jetzt habe ich fünf Stück. Du siehst mich noch, oder? Ich sehe dich noch, ja. Du siehst mich aber nicht mehr. Also, hier kann sie, glaube ich, nicht versteckt sein. Ich glaube mal... Ich tippe mal auf hier oben vielleicht. Ich sah falsch. Der hier. Alter, die fünf Spitzhacken. Okay, da hat man ein paar Versuche. Das könnte halt jeder sein. Moment mal, die zwei sind andersrum. Jetzt habe ich nur noch eine. Oh man, das kann überall sein. So, also hier unten. Da habe ich mir auch noch nicht alles anschauen können. Ja, vielleicht... Komm, Leute, wenn es... Bevor du abbaust, warte mal, dann zeige ich es dir sogar wirklich, weil... Also sag jetzt mal, was du abbauen willst. Also ich hätte jetzt den Ofen gedacht. Oder den einen Pisten da vorne, den Oberhand. Okay, es ist ein Pisten. Es ist doch ein Pisten. Dann glaube ich, dass es der ist. Nein. Nein. Schade. Es war keiner bei dem Pisten. Ach so, okay. Ich habe einfach auf dem Baum oben einen Pisten gesetzt. Oh nein, Leute, wie schwierig ist das? Hättest du das gesehen, dann wäre es aber drauf gekommen, glaube ich. Ich glaube auch. Aber Leute, Spotter, wir gehen jetzt nochmal... Beziehungsweise, nee, zu Difference gehe ich. Beats zu Spotter. Genau, ich spotte nochmal. Und ich weiß nicht, wollen wir nochmal Medieval? Nur ein anderes... Such dir was aus. Ja, okay, komm, dann gehe ich auf Start the Game. Du kannst jetzt mal eine andere Map außer drei auswählen. Die war die erste. Die erste, okay. Vielleicht ist die einfachste. Weißt du, da kann man auch eins... Da kann man acht unterschiedliche Blockarten auswählen. Oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, ob das hier hinhauen wird. Ja, gut, so. Das geht schon mal. Oh, Leute. Wenn man echt ein gutes Gedächtnis hat, dann kann man sich das... Dann kann man sich das merken. Es ist irgendwie klein, habe ich das Gefühl. Als letztes Mal. Aber ich weiß nicht genau, wo ich mich halt verstecken soll. Ah, okay. Ganz ehrlich, ich glaube mal. Vielleicht sollen eins, zwei und drei auch so Schwierigkeitsstufen zeigen, wer weiß. Also, quasi das eins, das kleinste ist oder so. So, ich mache es mal so. Ich mache es jetzt echt mal ein bisschen leichter für dich. Okay, du hast jetzt drei Sekunden Zeit. Also, das kann man schaffen. Du bist schon am Suchen. Ich bin am... Ah, okay, da vorne bist du. Okay. Okay. Das ist echt, alter, ultra schwierig. Ich würde mich nicht so lange außen aufhalten, Beats, weil es gibt noch zwei, drei Stockwerke. Er hat noch 20 Kunden. Oh. Bin ich hier drin vielleicht versteckt? Man weiß es nicht. Eine einzelne, eine doppelte. Hier ist keine Lücke. Dann musst du noch ganz kurz das oben anschauen. Oh mein Gott. Okay, Beats. Okay, das heißt, du bist oben. Ja, was hast du ausgewählt, ich glaube mal? Ich habe gar nichts ausgewählt. Okay, der Spotter dann. Ui, der Block-Spotter hast du immer noch, glaube ich. Ja, was ist halt jetzt hier verändert worden? Ja, dann gib mir mal den Block-Spotter. Echt? Ja. Willst du den hier oben haben? Ja. Okay. Achso, ich habe auch die fünf, die du ausgewählt hast. Echt? Okay, ich habe gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, der Block wurde dir angezeigt. Jetzt baut er erstmal die Spitzhacken ab. So, das war es schon mal nicht. Ich meine, jetzt baut er die Crafting Benches ab. Jetzt probier doch woanders. Hier irgendwas. Es ist halt echt ultra schwierig, wenn man es so sieht. Ja. Ist hier noch irgendwas zu finden? Hier ist es auf jeden Fall nicht. Außer das ist ein Amboss. Ja, oder ein Ofen hier oben drauf kann auch sein. Du hast ja drei Versuche jetzt immer noch. Nee, ein Ofen ist es nicht. Meinst du? Nee, habe ich mir gemerkt. Achso, okay. Da war eine Dreierlücke. Ah, das kann echt gut sein. Unten vielleicht auch noch was. Oben. So viel gibt es nicht mehr. Oh, jetzt hast du noch zwei. Oh Gottchen! Oh, oh, oh. Es gibt ja halt auch noch die Notenblöcke, die Redstone-Lampen. Ja, das ist echt krass. Also, wie viel es hier halt gibt. Nein! Ich war übrigens eine Crafting Bench. Das war richtig knapp dran, ne? Ja? Ja. Oh mein Gott. Zum Glück, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal so dazu. Falls ihr nochmal einen zweiten Teil davon sehen möchtet, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt natürlich noch gerne bei dem Beats vorbeischauen. Haben wir auch was aufgenommen. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein. Töne! Ciao, beans.